Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Am vergangenen Wochenende hat unsere Bayern-Koalition über den neuen Doppelhaushalt beraten. Und ich kann euch schon jetzt sagen, es wird ein starker, geradezu wegweisender Haushalt. Der Rekordetat von 149 Milliarden Euro wird unser schönes Bayern einmal näher voranbringen, wegen unserer vorausschauenden Ausgabenpolitik der letzten Jahre, haben wir genug Spielraum, um den Freistaat kraftvoll weiterzuentwickeln. Nach wie vor investieren wir schwerpunktmäßig in Bildung. Dort gibt es über 4000 neue Stellen. Das ist der Löwenanteil der Stellenmehrung im ganzen Haushalt. Das Wirtschaftsministerium wird gemeinsam mit dem Wissenschaftsressort mit über einer Milliarde Euro die Hightech-Agenda fortführen. Damit sichern wir mittel- und langfristig die Technologieführerschaft Bayerns in wesentlichen Zukunftsbereichen. Wir richten unsere Ausgabenverhalten weiter am Verfassungsziel gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Freistaat aus. So etwa beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, der Schaffung neuer Technologietransferzentren und der Erhöhung der Krankenhausfinanzierung. Denn die Unterstützung von Stadt und Land gehört zum Selbstverständnis der Freien Wälder. Ich habe mich bei der Klausurtagung im oberbayerischen St. Klieren-Judas ebenso intensiver wie harmonischer miteinander mit unseren Koalitionspartnern sehr gefreut. Erneut beginnen Freie Wähler und CSU, den Koalitionsvertrag so konsequent abzuarbeiten, wie schon in der vergangenen Legislaturperiode. Zum Wohl unserer Kommunen sowie der Bürgerinnen und Bürger. Nun werben wir im Landtag für den finanziellen Weg, den wir in den nächsten zwei Haushaltsjahren gehen wollen. Denn hier im Maximilianneum wird in einigen Wochen der endgültige Etat beschlossen. Ihr seht, die Bayern-Koalition erweist sich auch zukünftig als euer sicherer Partner im Freistaat. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl Freie Wähler Landtagsfraktion Der Wochendurch什麼